Hallo meine aktiven Freunde, jetzt ist der 7131 Ich hab ihn jetzt für ein Fahrrad Kann es auch am Roller hin machen In der Karre bestellen Hier ist ein Sangebot Die habe ich direkt ein Die Räder hinten, die zwei Sessionen Alles zusammen Schrauben Wenn ich das erstmal wegsehe, wenn ich das hier Ich weiß nicht, die muss ich auch hier von außen machen Die Strahler Und bei einem Wasser Das gibt es ja nicht mehr Kupplung Kann man damit schieben Muss ich am Hingern haben Und ja Steilig Kann ich mal Roller in die Tür Oder was Kann ich Roller machen Hier habe ich einen Strahler an Und den Und den Arschluss da Hangemacht Perfekt Und dann wurde ein Karton kam Der In Karton war Karton Also wurde das Oh, Karton In Karton Ja Was sollte eigentlich gewesen sein Ich wollte euch mal zeigen Die Karre hier Und hier die Karre Was das geilste ist Wo sagt Ah Da Da Und ihr seht Da unten Ist so ein Splint Buch Kannst den Eifen Ausziehen Und das soll gewesen sein Oh 7,1,1 Seid auch wiedersehen Ciao, Ciao Und Warte mal Ich zeig dir nochmal rein Den Ständer Da ist der Ständer Da machst du den Splint Jetzt Hier rein Nicht da rein Wie man gerade haben wird Weiß ich Den Ständer Erste ist ein Ständer dabei Da bauen wir nicht rumfummeln Nichts Aber Das war's ne Einen Ständer bauen Oder so ne Ich sag erstmal wiedersehen Ciao, Ciao, Peace